Hallo, mein Name ist Marlies Thoms Pfeffer. Ich wohne in Gammelbüh. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe des Ostsee-Bades Eckernförde. Ich bin seit sechs Jahren in Gammelbüh die Bürgermeisterin. Heute möchte ich eine Gulaschsuppe für 30 Feuerwehrleute kochen. Und dafür benötige ich die Hefe von Rainer Sass. Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Wünsch dir Sass. Sie haben schon gehört, es ist heute ein etwas größerer Wunsch und ich musste heute mehr mitbringen als üblich. Sonst habe ich ja immer nur meinen Notfallkoffer dabei und heute habe ich auch ein paar Zutaten mitgenommen. Unter anderem wunderschöne Zwiebeln hier und vor allen Dingen einen eigenen Herd, sodass wir richtig schön kochen können. Und jemand sollte mir hier helfen beim Ausladen. Mal gucken, ob das klappt. Hilfe! Hilfe! Kommt! Ja, die kommen. Also damit das Ganze hier aus dem Auto kommt, vielleicht die Zutaten und die Zwiebeln und vorsichtig bei den Zwiebeln. Da sind mir auch schon zwei rausgefallen. Geht das so? Und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Bürgermeisterin. Ich habe es gleich gefunden, meine Damen und Herren. Lesen Sie mal. Gemeinde Gammelbüh, die Bürgermeisterin. Und ich hatte erst ein großes, dickes, fettes Rathaus erwartet. Und das ist übrigens die Abkürzung BGM. Ja, bitte. Rainer Sass vom NDR, Ihre Gulaschkanone. Herzlich willkommen, Herr Sass in Gammelbüh. Schönen guten Tag. Ich war schon bei der Feuerwehr, habe schon mal Teile meiner Küche abgegeben, ein paar Zutaten abgegeben. Die Frage an Sie, wie ist das entstanden, dass wir für die Feuerwehr oder ich für die Feuerwehr kochen soll? Ja, also in Gammelbüh gibt es ja viele Anlässe, Gäste zu bedienen, auch die Feuerwehrleute. Und Feuerwehrleute und Gulaschsuppe, das gehört zusammen, denke ich. Ich kann sie leider nicht richtig kochen. Mir fehlt die gewisse Würze, wissen Sie. Und die Feuerwehrleute essen ja ganz gerne eine scharfe Suppe, damit sie dann ja auch anschließend die Brände gut löschen können. Also ich habe einen guten Eindruck, das ist eine gute Type und ich hätte irgendwie so einen kleinen Schalck, finde ich. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, die hätte ich auch gerne als Bürgermeisterin. Und darf ich fragen, das ist hier Ihr offizielles Amtszimmer? Ja, richtig. Und ist dieses Amtszimmer Bestandteil Ihres gesamten privaten Hauses? Ja, das ist mein Privathaus und diesen Raum stelle ich zur Verfügung für die Amtsgeschäfte. Okay, und ist in diesem Privathaus auch eine private Küche? Aber klar. Soll ich Sie hinführen? Ja, danke schön. Okay. Mein erster Eindruck von Rainer Sass war, dass er ein sehr freundlicher Mann ist, aber auch sehr lebhaft gleichermaßen. Boah, die ist nagelneu, oder? Die ist nagelneu. Boah, extra für diese Sendung? Aber selbstverständlich. Also das ist Spaß, oder? Nein, es ist wirklich neul. Okay, also wir müssen einmal zusammenfassen. Wir beide kochen heute für 30 Feuerwehrleute Gulaschsuppe. Ich habe Küche mitgebracht und ein paar Zutaten mitgebracht. Ich brauche aber noch einiges. Ich brauche Schneidebretter, ich sage es mal eben, Schneidebretter, Messer und irgendwas an Kellen. Wie sieht es mit Schneidebretter in diesem Haus aus? Ja gut, dann beginnen wir mal damit. Hier haben wir Schneidebretter. Hiermit kann ich natürlich nicht für 30 Leute Zwiebeln schneiden. Das geht natürlich nicht. Aber gleich daneben, meine Damen und Herren, und das ist schön zu sehen. Das ist das, was ich liebe. Ein Großes, zwei Großes. Das ist wunderschön. Und wie sieht es mit Messer und Kelle aus? Da können Sie hier gerne mal schauen. Ja, also darf ich mal eben einmal? Wir brauchen ein gutes Sägemesser, das sieht gut aus. Die sind sogar noch hier in der Folie drin. Das heißt, die sind bestimmt noch scharf. Die brauchen wir. Das haben wir zwei davon. Haben Sie noch was an Kellen sonst? Zeigen Sie mal. Die vielleicht. Also hier wird soll ich für 30 Leute Gulaschsuppe berühren. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber wirklich jetzt Spaß beiseite, eine große Kelle. Eine ist gut. Vielleicht die noch hier und die noch. Die noch. Okay, das schlankt eigentlich. Wunderbar. In diskreter Weise, weil es so ins Auge fällt. Ein wunderschöner Kalender. Was hat das für eine Bewandtnis? Ja, damit, mit diesem Foto möchte ich meinen Mann an den Herd kriegen. Der kocht nicht so gerne. Ach so. Also ich finde das als Idee gut von der Frau, ihren Mann mit so schönen Bildern in die Küche zu holen. Wir haben, das muss ich fairerweise sagen, vorher telefoniert. Wir brauchen noch Fleisch. Da gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, oder? Wir fahren ins Nachbardorf zu einem ganz guten Schlachter und kaufen da das Fleisch. Und das machen wir jetzt, ne? Das machen wir jetzt. Chauffeur und Fahrzeug warten schon. Rainer Sass erwartet vor der Tür ein großes Fahrzeug, nämlich ein Feuerwehrauto. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Das ist doch nicht wahr, ne? Ah, die nette Überraschung, oder? Mit dem alten Feuerwehrwagen in die Schlachterei fahren. Also da sage ich schon mal Danke. Da machen Sie mir wirklich eine Überraschung. Wo sollen wir einsteigen? Hier vorne in die erste Reihe ist das. Okay, dann die Dabe hinten rein. Bitte schön. Dankeschön. Ein altes LF-8 mit allen drumheran hier. Und dann ab zur Feuerwehr. Komm her, verlobt. Komm her, wer fährt uns hier eigentlich? Das ist mein Mann Jürgen. Das ist Jürgen. Der hat mir da auch schon die Küche rausgetragen, ne? Ja, genau. Okay. Müssen wir uns eigentlich irgendwo anmelden und wo? In der Leitstelle in Kiel. Okay, das mache ich mal. Jawoll. Florian Kiel für LF-8 kommen. Ja, hier ist die Gulaschkanone vom NDR. Wir sind auf dem Weg zur Schlachterei. Vier Personen. Okay. Also es ist für mich eine tierische Überraschung, wieder in so einem LF-8 zu sitzen. Ich war aktives Mitglied der Feuerwehr Stade und deshalb ist das wirklich doppelt schön für mich, mal wieder so zu fahren und diesen Geruch und dieses Auto alles zu haben. Wunderbar. So, bitteschön. Das hat Spaß gemacht, oder? Ja, war klasse. Wo geht das rein? Hier? Hier bin ich. Okay, komm. Moin. 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 Na, alles gut? Ja, bei mir, ja. Hallo, Moin. Ja. Hallo, Moin. Sie haben schon gehört, wir haben einiges vor heute, ne? Wir wollen kochen. Ja, wir wollen nämlich für 30 Leute eine richtig schöne Gulaschsluppe kochen. Ja. Und ihr hattet ja schon zusammen telefoniert und sie sollten was raussuchen. Was ist es geworden? Ja, es ist Wade geworden. Wade? Ja. Ja. Ist ja eigentlich nur für Süddeutschland so ein bisschen typisch, nicht für Norddeutschland. Aber da es ein besonderes Gulasch werden soll für die Feuerwehr, haben wir gesagt, nehmen wir diesmal Wade. Und weshalb jetzt Wade? Bewegen Sie sich mal. Bewegen Sie sich mal mit. Schneller. Was bewegen Sie jetzt? Die Waden. Also nehmen wir Wade? Ja, okay. Herr Sass hat schon eine sehr spontane und sehr lustige Art, einem Dinge zu erklären. Und was das mit dem Wadenfleisch bedeutet, das denke ich, habe ich jetzt begriffen. Wie viel ist das? Das sind jetzt gute sechs Kilo. Und ich muss das bezahlen, was soll das kosten? Machen wir rund 60 Euro. Okay, packen Sie ein, da werden wir ein schönes Gulasch draus machen. Normal kriegt man doch beim Metzger oder Fleischermeister, kriegen die Kinder oder so doch immer so ein kleines Ding mit. Ein kleines Würstchen. Ja. Was kriegen wir? So was gibt es hier auch. Wir haben hier eine eigene Kreation, das ist eine Salamistange. Ja, pass auf. Ohne Pelle. Ich sage immer, so den Frauen hüllenlos genießen. Ja, okay, machen wir. Weil keine Hülle drum ist. Okay, also Dankeschön, einpacken und wir machen mit. Und kochen weiter. Wir gehen weiter. Wir sind auch im Einsatz hier. Auch mal rühren. Das ist ein schönes Gefühl, oder? Okay. Wo sind wir hier eigentlich gelandet? Bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Feuerwehrgerätehaus. Und das ist euer Haus hier? Ja, das ist das Feuerwehrhaus. Und darf ich Ihnen, wenn wir kochen und hier zusammen sind, das kulinarische Du anbieten? Aber klar, ich bin Marlies. Rainer. Hallo. Und wir machen etwas, was sich einfach anhört. Gulaschsuppe denkt man ja Deckel auf und rein, also Dose auf und rein. Und das ist unser ganzes Bild. Und wir gehen mal so einen Schritt zurück. Ist das nicht schön? Das braucht man alles, meine Damen und Herren, um eine richtige Gulaschsuppe zu machen. Und wir haben hier Zwiebel klein geschnitten. Und das haben wir beide nicht alleine gemacht. Dazu haben wir nämlich Hilfe. Und Zwiebel ist die Grundbasis meiner Gulaschsuppe. Und hier hinten haben wir wen als Hilfe eigentlich? Das ist der Feuerwehrmann Jürgen und der Feuerwehrmann Jan, mein Ehemann und mein Sohn. Okay. Und ihr habt vorhin schon gefahren und die haben auch vorhin schon beim Tragen geholfen, ne? Ja. Okay. Wie viele Zwiebel habt ihr geschnitten? Also bis jetzt sind wir schätze ich mal bei der Hälfte. Ja. Zwei Kilo. Seit wann seid ihr denn in Gang? Also sind wir jetzt seit 40 Minuten in Gang. 40 Minuten und das alles hier? Das kann nicht sein, oder? Ich sage Dankeschön, Gandelbe. Ja, mit der Feuerwehrkante schön alleine wieder. Moment, Moment. Ich glaube, das kann ich sagen, oder? Ein bisschen Spaß bezahlen. Ein bisschen mehr haben wir auch. Sie haben natürlich ein bisschen mehr geschafft. Und wenn wir überlegen, dass ihr das, was im Topf ist, auch schon geschnitten habt. Und so sieht das Ganze aus, meine Damen und Herren. Das ist wunderschön. Das nehmen wir schon mal wieder mit. Und Malis war richtig, ne? Ja. Malis ist ja am Rühren und kriegt jetzt schon die nächste Ladung hier raus. Und das sind die Mengen, die wir auch brauchen. Ah ja. Also die Zwiebeln sind eigentlich der erste Geschmacksträger in diesem Gulasch. Und es ist eigentlich eine ungarische Art, so eine Gulaschsuppe zu kochen. Ich habe einen ungarischen Freund und der hat immer gesagt, Männchen, musst du nach und nach, Schatzi Bubilein, da reingeben. Wenn anbraten, Fleisch, das ist deutsch. Wir braten nämlich das Fleisch hinterher nicht an, sondern legen das da rein. Ah ja, das kenne ich auch nicht. Nein, und vorher müssen unsere Zwiebeln noch Geschmack kriegen. Das machen wir jetzt. Also du gibst schon mal so ein ganz kleines bisschen Paprika drauf. Wir haben zwei Sorten Paprika. Einmal gibt es den scharfen und einmal der dunklere, das ist der mildere Paprika. Wir haben uns entschieden für eine Mischung. Ja, gut. Zwei Löffel von dem scharfen Paprika, von dem Rosenpaprika. Und zwei Löffel von dem milden Paprika hier da rein. So da rein. Ah ja. Also zwei Esslöffel, wunderbar. Und dann alles so verrühren. Und jetzt müssen die Zwiebeln wieder diese Farbe kriegen. Siehst du es? Ja. Und jetzt werden sie rot. Und jetzt haben wir schon fast eine Gulaschfarbe. Ich nochmal einmal zeigen, weil wir das lieber zeigen müssen. So muss es aussehen. Das sieht ja schon richtig gut aus. Und jetzt machen wir ein Gewürzsäckchen. Aha. Wieso machen wir das Gewürz in so ein selbstgemachtes Säckchen? Ja, vermutlich, damit man das nicht mitkauen muss. Wunderbar. Das hört sich gut an. Pass auf, das schneiden wir einfach so weg. Halt fest. Wir schneiden einfach ein gutes Handtuch kaputt. Nochmal. Und vorsichtig. So. Und den Lappen legen wir hier hin. Vorsichtig, dass das Wasser hier nicht runterfällt. Und jetzt kommt da folgendes rein. Wir müssen das hier zusammenbinden. Und das erkläre ich jetzt auch nochmal. Senfsaat, das sind Senfkörner. Ja. Das ist schwarzer Pfeffer. Jetzt gibst du mal den weißen Pfeffer. Auch genauso viel. Kümmel, ganz einfach Kümmelkörner. Auch so viel da rein. Und jetzt ein bisschen was Frisches. Und zwar Thymian. Frischen Thymian. So. Ja. Und noch frische Majoran. Riecht das mal. Riecht das mal. Ah ja. Mh, herrlich. Sollen Sie hinten einmal Nase nehmen? Weil Sie natürlich nur noch Zwiebeln riechen seit einer Stunde, brauchen die auch mal was. Das ist wunderschön. Und das gleiche machen wir einfach nochmal mit Zitrone. Ich gebe noch eine angeschnittene Chili damit, damit die Chili auch noch ein bisschen Aroma abgibt. Ja. So, so. Soll ich mal halten? Du hältst fest. Das muss richtig mit dem Zwirn hier festgebrunten werden. Jetzt hinlegen. Einmal den Finger darauf. Und fertig. Unser Gewürzpäckchen. Aha. Ich kriege jetzt noch einen auf die Mütze von dir. Und aufpassen, dass es nicht aufplatzt. Ich gebe auch noch einen. Komm. Wieso? Ich frage aber, wieso heute? Damit die Aromen nochmal ein bisschen frei werden. Damit die entfalten können. Und Rainer will. Ja, Rainer Sass als Kochlehrer. Rainer Sass ist ja sehr schnell in seiner Arbeit. Man muss sich natürlich bemühen, ihm auch folgen zu können. Er könnte auch gut Koch in einer Kaserne sein. Liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, wenn Sie im Sendlingwied Leute brauchen oder zwei Männer brauchen, die Zwiebel schneiden oder Fleisch, das machen Sie super, oder? Ja, ich wundere mich, weil zu Hause läuft das nicht so. Ich sehe Sie das erste Mal Fleisch schneiden. Ja, genau. Wunderbar. Okay. Und wir haben uns für Wade entschieden. Mhm. Das haben wir ja im Fleischernladen schon mal so ganz kurz erklärt. Richtig, ich kann mich erinnern. Ja, zeig doch mal. Ja? Also, das ist die Wade, meine Damen und Herren. Da. Ja, schön, schön. Okay. Und die schneidet man auch in Scheiben. Ja. Das ist Ossobuko beim Kalb, ja? Und dann gibt es auch noch die höhere Wade und so weiter. Das ist so ein Unterstück, ja? Mhm. Und das ist eigentlich relativ billiges Fleisch, aber wunderschönes Fleisch, weil es auch mit diesem Bindegewebe durchwachsen ist. Ja, man sieht schon, dass es so herrlich aussieht. Und das macht es eben durch Schmoren richtig saftig, weil es auch das Fett immer weiter abgeht. Guck dir das an. Ja. So sieht es aus. Und ich möchte auch, dass du mal einmal eins hier so selbst schneidest. Mhm. Und auch keine Angst haben, dass das nachher, die denken die Leute, das ist Tee. Also meine Damen und Herren, wenn sie das so sehen, denken sie bestimmt, ach, Tee und Fett und schmeckt nicht. Das gibt alles Geschmack ab und das wird durch die lange Garzeit richtig schön zahlen. Also das heißt, das Fett brät raus? Ja. Ja? Also das Fett brät raus und bringt Geschmack ans Gulasch. Ja. Ich hole mir von hinten schon mal ein bisschen Fleisch. Dankeschön. Das sieht sehr gut aus. Ja. Also, so sieht das Ganze geschnitten aus. Mali schneidet hier noch ein bisschen was dazu. Und so wie es ist, kommt es hier auf unsere Masse rauf. Also so einfach da rauf. Also das brauchen wir von dieser Größenordnung. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das einmal zurück und noch weiter schneiden. Jetzt vermenge ich das schon. Und jetzt kannst du mir nochmal eben deine Sachen dazugeben. Ja, ich bin gleich soweit. Was macht so eine Bürgermeisterin im Hohen Norden? Erzähl mal. Ja, sie verwaltet dieses kleine Dorf hier. Das hat wie viele Einwohner? Das hat 550 Einwohner circa. Ja. Wir sind ein Dorf mit vielen jungen Familien. Wir haben viele Kinder hier. Natürlich auch Jugendliche und auch Senioren, die hier gerne ihren Lebensabend verbringen. Und gibt es hier auch Streit oder so oder Unstimmigkeiten, die so eine Bürgermeisterin, ich habe gesehen, haben wir da ein Zimmer schon gesehen, die die Bürgermeisterin hier bereinigen muss oder auch darf und kann? Geht da sowas? Also Streit würde ich nicht sagen, Unstimmigkeiten schon. Ja. Und dann versucht man als Bürgermeisterin das natürlich auszugleichen. Gut, jetzt kommt noch ein bisschen Gemüse ins Spiel. Ja, darf ich noch mal etwas zu der Würzung fragen, zu den Würzsäckchen. Wie ist das bemessen auf diese Menge? Gibt es da Kran? Also es gibt eine, erst mal mein Gefühl und zweitens gibt es natürlich eine Richtlinie. Das ist immer jeweils von den Körnern so ein Esslöffel gewesen und Majoran, Thymian, Ingwer und Knoblauch ist eigentlich okay. Und wenn das richtig Bums noch haben soll, soll die Suppe richtig Bums haben? Ja, soll sie. Okay, dann machen wir noch Super Bums und Super Bums geht noch einmal Knoblauch, so wie er ist, da rein. Ach so, im Ganzen? Im Ganzen. Und das ist der Paprika, den wir schon als Gewürz haben. Das ist Rosenpaprika zum Beispiel. Der wird gemahlen, der ist getrocknet. Der wird mit den Körnern gemahlen. So im Ganzen. So im Ganzen. Und wenn es richtig Bums haben sollen, gibt es da noch eine dazu. Gibt es auch den Ganzen rein. Nein, ein Löffel da rein und jetzt sehen wir, dass wir bei der Feuerwehr sind. Ah ja, ein dicker Nesbond. Da werden eigentlich Leute mit gerettet, oder? Du hältst die Gemüse mal zusammen, legst die Gemüse da rauf, ich drehe einmal, der haut immer ab, Sellerie haben wir verloren, ich hatte gesagt Gemüse zusammen, hast du es? Ja. Jetzt den Daumen rauf und Gemüsebond sieht so aus und kommt hier rein. Sehr interessant. Jetzt kommen noch Dosentomaten dazu. Das sind Dosentomaten ohne Saft, weil ich anderen Saft haben will und es soll keine Tomatensuppe werden. Die kommen auch dazu, das sind die Tomaten von einer großen Dose, 800 Gramm. Und jetzt musst du das Ganze mal festhalten, weil jetzt kommt das Wichtigste da rein, Wasser. Also in diesen großen, jetzt aufgepasst hier, da geben wir jetzt ganz einfach keine Brühe und nix, sondern das sind hier vier, fünf Liter Wasser, so rein, denn es soll ja eine Suppe werden. So, wunderschön. Das Ganze rühren und du, Marlies, kriegst schon mal so einen Hauch. Wirklich so einen Hauch, weil es schmeckt jetzt noch nicht so, wie es angehend nachher schmeckt, aber der Hauch ist da. Ja, als ich die Suppe probiert habe, zum ersten Mal, da waren die Gewürze ganz gut rauszuschmecken, besonders natürlich schon die Zwiebeln. Und das Suppengemüse, was drin war, Salz fehlte. Also eine Prise Salz, bitte noch einmal rühren. Und dann haben wir es eigentlich. Jetzt machen wir gleich die Beilagen fertig, meine Damen und Herren. Vorher darf ich noch mal etwas Persönliches loswerden. Ich bin selbst ausgebildeter Feuerwehrmann, seit Jahren leider in der Altersabteilung der Feuerwehr der Stadt Stadel. Aber ich habe gelernt, mit diesen Dingern hier rumzugehen. Und die gucken schon. Hier, kümmer, die lachen schon. Und ich habe das wirklich gelernt, denn ich weiß, wie sowas geht. Also das ist ein C-Rohr, das ausgeworfen wird. Das habe ich bei Großbränden und bei Einsätzen immer dabei gehabt. Ich war nämlich ganz, ganz vorne, ganz oft auch und auch ganz hinten, ganz oft. Und das ist das C-Rohr. Und so würde ich einen Inangriff vornehmen. Ist das richtig? Ja, alles absolut. Und dann müsste ich das eigentlich so nehmen und so nehmen. Marlies, sag mal was. Sieht gut aus. Okay, meine Damen und Herren, wir machen mit den Beilagen weiter. Malies, was schneiden die schon wieder? Sie schneiden in einer Tour jetzt Champignons. Hauptdünn. Das machen sie gut, ne? Ja, ganz prima. Muss man einfach mal sagen. Sag mal, einmal ganz kurz mal zeigen. Champignons so glatt geschnitten, oder? Ja, erstmal das schmutzig abnehmen. So zeigen, auch so, wie man die Kamera sehen kann. Und dann ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig, feine Streifen. Streifen. Und ich zeige das vorne nochmal. Die werden einfach, habt ihr nur geputzt mit einem feuchten Lappen und dann fein gemacht. Genau. Und so sehen die nachher aus, meine Damen und Herren. So eine richtige Schale, frische Champignons. Die kommen hinterher als Garnitur aufs Gulasch. Also auf die Gulaschsuppe kommt so ein ganz kleines bisschen Champignon. Und dann kommt noch eine Creme aus Joghurt und Creme Fraiche dazu. Also ich verstehe das richtig. Wenn die Suppe fertig ist. Erst dann. Ja, wenn die Suppe fertig ist. Vorher nicht. Was möchtest du zuerst haben? Möchtest du, dass wir die Champignons zuerst braten oder die Soße aus Creme Fraiche? Ich denke, wir können die Champignons zunächst mal braten. Dann habe ich hier Butterschmalz wieder in einer Pfanne. Und da gebe ich einfach schon so mal die Champignons rein. Einfach so eine Handvoll. Guck. Und die braten so gleich so vor sich hin. Und dann werden die ein ganz klein bisschen mit Salz und Pfeffer und ein ganz klein bisschen Zitrone. Ja. Das ist Thymian. Ja. Frischer Thymian. Ja, duftet. Könnte auch schön an deinem Garten wachsen. Ja. Weißt du, was ich damit mache? Schnippeln. Ich schnippel die einfach hier nur so rein. Und dann kriegen die so ein kleines Aroma. Und dann habe ich das natürlich vorher sauber gemacht. Und jetzt gibt man ein bisschen Zitrone. Einfach schneiden, abschneiden. Und einen kleinen Spritzer hier rein. So. Und einen ganz kleinen Spritzer Olivenöl. Auch nur so vom Strahl. Feiner Strahl geht immer von oben. Ja. Deshalb würzen Köche auch so gern von oben. Ganz fein. Lang. So, wunderbar. Und dann sind sie so fertig. Mhm. Wie siehst du, ob ein schöner Glanz da drin ist. Und dann kann man sie noch pfeffern, wenn man will. Mir langt also Olivenöl, Salz und Zitrone. Und so stellen wir sie zu beiseite. Und so kommen sie oben auf die Gulaschsuppe rauf. Auf die fertige Gulaschsuppe. Bevor wir die Creme machen. Du hast noch gar nicht nach der Suppe gefragt. Ist sie denn fertig? Nee, ist noch nicht fertig. Aber sie sieht gut aus. Aber wollen wir sie mal probieren? Darf ich mal probieren? Ja, pass mal auf. Die blubbert so ganz, ganz leise vor sich hin. Und sie kocht jetzt, na, eine Stunde. Ja. Mit allen Arbeiten, die wir hier noch hatten, ist das eine Stunde. Und jetzt kannst du schon all unsere Aromen erkennen. Hundertprozentig. Das kann ich schon so sagen, weil ich das auch rieche. Ist das nicht toll? Etwas Salz vielleicht. Ja, aber zum Schluss immer lieber ein bisschen nachwürzen. Ja. Hervorragend. Jetzt kommen wir zu unserer Creme. Ist je zur Hälfte Joghurt und Creme fraiche. Also einen leichten Joghurt und eine richtige schöne Creme fraiche. Da gebe ich ein ganz kleines bisschen Olivenöl rein. Und da kommt jetzt gemörster Pfeffer dazu. Ah ja, der Mörser steht da. Ich mörse Pfeffer immer. Und wir beide mörsen jetzt noch einmal so zusammen. Ja. Einmal festhalten. Und so. Was gibt es bei euch zu essen, wenn der Fernsehkoch nicht da ist? Rouladen. Ja, nicht jeden Tag Rouladen, oder? Nicht jeden Tag Rouladen. Es gibt auch mal was anderes. Beispielsweise Eierpfannkuchen. Es gibt Gemüsesuppe, es gibt Krabben mit Spiegelei. Und ja, mein Favorit ist im Moment Ziegenkäse mit Feigensenf. Oh, das hört sich gut an. Und sowas gibt es eben so zwischendurch in der Arbeit, wenn der Gatte abends kommt oder am Tag da ist. Oder wie sieht das aus? Abends. Bei uns wird nur abends gegessen, außer am Wochenende. Also, gemörster Pfeffer. Und jetzt kommt zisilierte Zitrone. Ja. Gibt es in diesem Gerätehaus ein Zisilierer? Ach, leider nicht. Tschüss. Auf Wiedersehen. Aber was erwarten Sie auch von einer Feuerwehrhaustüche? Ja, also, ich habe natürlich endlich mal wieder meinen Notarztkoffer, hätte ich beinahe gesagt, meinen Notkoffer hier in Gebrauch. Hier habe ich nämlich diesen Zisilierer drin, den ich über alles liebe. Der liegt immer oben drauf. So sieht er aus. Ja. Und das zweite ist für Saft machen und dieses Ding zum Drehen. Das kenne ich nicht. Ja, okay. Das nimmst du mal einmal. Ziehst mal von der ganzen Zitrone so ein bisschen Haut hier ab. Nein, über dem Ganzen so wegziehen. So. Über der Speise, das soll da rein. Ich zeige es nochmal. Ja, vorsichtig. Gut. Und noch mehr. Vier so Dinger. Nochmal. Okay, das langt. Und jetzt kriege ich noch ein ganz klein bisschen Zitrone auf den Kopf, sage ich immer. So ein Hauch. Und das Ganze wird mit einem frischen Löffel ganz leicht verrührt nur. Und das sind unsere beiden Beilagen, die oben auf die Gulaschsuppe kommen. Als Häubchen. Ja, als Häubchen oben drauf. Guck mal, wie gut das aussieht. Ja. Wunder, wunderschön. Also, es gibt viele Variationen von Gulaschsuppen. Viele Leute machen Paprika mit rein, machen Kartoffeln mit rein oder machen die Pilze mit rein. Ich lasse das auf Fleisch und Zwiebeln und gebe hinterher Champignons und ein bisschen Schwand dazu. Und dadurch kriege ich das Ganze einen besonderen Pfiff. Wie geht es hier weiter? Ja, es sind acht Feuerwehrleute, die bereitstehen. Wir feiern ja, wenn wir hier im Feuerwehrhaus feiern, hier in der Halle. Und diese acht Feuerwehrleute möchten jetzt ganz gerne die Halle etwas bestücken mit Tischen und Bänken und die Tische eindecken. Und schaffen die das, wir haben eine Kochzeit von gut einer Stunde noch, das schaffen die in der Stunde, oder? Ja, das schaffen sie in der Stunde. Das ist so vorgesehen, dass sie eine Stunde benötigen. Und ich sehe, die Zeit kommt dann so hin. Also, dir bis hier erstmal Dankeschön und wir machen mit Tischaufdecken und allen drum und dran weiter. Und ich sehe, die Zeit kommt dann so hin. Und ich sehe, die Zeit kommt dann so hin. Danke, danke, danke. Und es riecht hier wahnsinnig, oder? Ganz Gammelbü duftet nach dieser Gulaschsuppe. Ja, wunderbar. Ja, also Kameraden, ihr habt eine Gulaschsuppe vor euch und wie die gegessen wird, das erzählt euch eure Bürgermeisterin mal. Ja, Suppe in den Teller füllen, dann die leckeren Champignons obendrauf und ganz zum Schluss eine Haube aus dieser Creme, Frisch-Joghurt-Creme. Jetzt meine letzte Frage. Habt ihr Hunger? Ja. Suppe im Arsch. Ja. 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 Musik Sie wissen, wie es euch geschmeckt hat. Die Teller sind eigentlich leer geputzt, oder? Ja, man sieht es ja doch. Ja, sieht gut aus. Nichts mehr über. Also, wem hat es geschmeckt? Bitte um Meldung. Das ist ja einstimmig. Und wem hat es nicht geschmeckt? Danke schön für das Vertrauen hier. Also vor dem Urteil der Feuerwehrleute war ich nicht nervös, aber ich war gespannt. Weil die Suppe hat doch einen anderen Geschmack als eine normale Gulaschsuppe. Und das muss ja nicht jedem schmecken. Und deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, dass es jedem geschmeckt hat. Aber so ein paar einzelne Meinungen möchte ich schon mal haben. Vor allen Dingen meine beiden großen Hilfen, die sollen doch schon mal einen Kommentar abgeben. Wie hat es euch beiden geschmeckt? Also Rainer, ich habe ja nur den ganzen Tag das begleiten dürfen. Ich habe geschnippelt mit Jan zusammen und da habe ich gedacht, was wird das bloß? Aber das Ergebnis einfach famos. Ich kann mich hier nur voll und ganz anschließen. Und ja, das ist mal die Suppe nach so einem richtigen, ordentlichen Einsatz, wenn man dann mal wieder nach Hause kommt. Das kann man dann mal gut haben. Es hat sich sehr gelohnt, Rainer Sass einzuladen. Es war ein spannender Tag. Er war aufregend, dieser Tag. Und wir haben 30 zufriedene Feuerwehrleute, denen das Essen ganz wunderbar geschmeckt hat. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Gammelbüh mit so einer wunderschönen... Ah, Bürgermeister! Danke! Also den Kameraden noch mal danke und will ich vom Herzen hier, dass ich bei der Feuerwehr sein darf. Ist für mich eine besondere Ehre und ich habe natürlich auch viel Spaß gehabt. Danke noch mal fürs Hiersein. Meine Damen und Herren, wenn Sie in der DLRG sind, wenn Sie beim Roten Kreuz sind, wenn Sie im Sportverein sind und Sie wollen dieses Geräusch hören, dann melden Sie sich und bewerben Sie sich beim NDR Fernsehen. Ich komme mit meinem Team. Sie haben einen wunderschönen Tag. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Einfach bei Wünsch dir Sass bewerben. Einen schönen Tag noch und tschüss. Und mit ihm trinke ich jetzt noch ein Schluckbier hier. Okay, tschau. Dankeschön noch mal und tschüssi. Prost! Prost! Deine Schluckbier noch hinterher schmeckt gut an. Okay? Jo. Nein! Er alles Untertitelung des ZDF für funk, 2017